Die Kirche der Zukunft muss vielfältig aussehen. Nämlich immer so, wie die Leute das an dem Ort, wo sie gerade sind, brauchen. Oder wo sie gerade arbeiten oder wo sie sich treffen oder so. Man kann Kirche vielfältiger machen, indem man darauf achtet, wo sich Menschen sowieso schon aufhalten, wo die gerne sind und dann da hingeht und da Kirche macht, lebt. Ich kann vielleicht Kirche und Gartenbau verbinden. Ich bin gerne im Garten. Es gibt mehr Menschen, die gerne im Garten sind. Es gibt ja schon so Stadtteilprojekte, Urban Gardening ist auch so etwas fancy Ding. Das könnte man miteinander verbinden. Oder wenn sich Leute gerne im Park treffen und grillen, warum nicht da?